hey leute und willkommen zu einer kleinen information und zwar betrifft es nicht nur mich sondern auch den felix er ist gerade auch mit hier im teamspeak und zwar haben wir uns gerade auch schon mal abgesprochen ich habe vorhin ein bisschen was gezockt und ja mir ist dann nach einer zeit aufgefallen dass mein mikrofon auf einmal nicht mehr erkannt worden ist und dann habe ich mal quasi die selbst abhörung gestartet und da ist mir dann aufgefallen dass mein mikrofon defekt war jetzt gerade wo ich das hier aufnehme geht es hoffentlich die ganze zeit durch aber es hat gefühlt alle fünf bis zehn minuten diesen aussetzer der dann richtig schwer ist wieder einzufädeln und das beschreiben es ist einfach nur ein grauschen viel und also komplett irgendwie ich weiß nicht was kaputt ist es irgendwie ist keine ahnung richtig und ja wir haben uns jetzt abgesprochen wir werden für ja das wird ungefähr eine woche dauern ich hoffe dass es eine woche dauert ja werden wir seven days to die pausieren also zusammen sprich dann wird was anderes laufen bei mir auf dem kanal läuft ja auch aktuell noch call of duty ww2 und das werde ich auch pausieren ich habe aber noch andere aufnahmen die ich eigentlich nach call of duty bringen wollte die werde ich dann stattdessen bringen so lange werde ich dann quasi parallel am ende bringen also wenn das neue mikrofon da sein sollte und ja ich hoffe dass das ab nächster woche dann wieder alles ganz normal ablaufen wird und ja hast du noch irgendwas zu sagen wenn meinen leuten also ich gucke ich also projekte habe ich ja noch quasi ein haufen noch paradigus sondern nur gucken was ich jetzt mache ich habe noch ding ich habe noch überlegen ich glaube ich habe sogar noch ein paar aufnahmen die ich einfach so rein quetschen kann von anderen spielen also bei mir gibt es irgendwie habe ich sicherlich irgendwas parat bei mir ist ja nicht kaputt ich kann einfach weitermachen machen wir machen wir wahrscheinlich einfach so ich mache jetzt so lange oder ich mache so lange weiter bis bei dir wieder alles läuft und dann machen wir halt wieder konkret wie das wenn es tut ja dann gucke ich das andere mache ich dann wahrscheinlich auch oder so ja zwischendrin was ist bei mir halt noch quasi als auswahl gäbe ist das mikrofon zu verwenden was ich als feedback nutze von meinem kopfhörer aber ganz ehrlich der sound davon ist einfach so schrecklich ich wollte das eigentlich nicht verwenden deswegen es ist es ist zum spielen reicht es ja aber zum aufnehmen naja also zum spielen wirklich ja aber wirklich genau wie wie felix es hier schon sagt zum aufnehmen ist es überhaupt nichts deswegen hoffe ich dass es nächste woche wieder klappt und ja ich hoffe ihr habt verständnis und ja dann würden wir uns freuen wenn das alles bald wieder geht und ihr dann wünscht ihm glück und ähnliches ja und dass sie dann beim nächsten mal wieder dann mit dabei seid also bei den folgen die jetzt reinkommen und was ist dann ist ja 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 du du kannst ja mal überraschen lassen was ich da so hochladen und ja dann geht's hoffentlich wie gewohnt nächste woche weiter bis dahin und daher bis dann